Herzlich willkommen zum Gadget des Tages heute hier mit mir im Studio der Peter Heiberdinger. Hallo Peter, schön, dass du da bist, um dieses tolle Gadget des Tages hier zu präsentieren. Wir haben etwas ganz, ganz Schickes für Sie vorbereitet und das sind Armbanduhren. Für die Dame und für den Herrn. Du hast da schon eine umgelegt, ich auch. Die sind ja wohl traumhaft, oder? Ja, also wundern Sie sich nicht, dass ich hier schon ganz fleißig auf die Uhr gucke. Ja, ich habe die tolle Herren-Uhr aus dem Hause St. Leonhardt. Ja. Hört sich ja schon mal gut an. Markenqualität hier. Sieht auch wirklich fantastisch gut aus. Also ein richtig schönes, klassisches Design, wie ich finde. Ohne viel Schnörkelei. Also es gibt ja viele Uhren, die haben hier bling, bling, da bling, bling. Das ist, wie ich finde, so ein richtig schöner Business-Look für den Herrn. Ganz elegant. Oder tagsüber im Büro kann man die natürlich auch tragen. Also ich finde, von früh bis abends oder am Wochenende, wenn man unterwegs ist, richtig schön was Klassisches. Die sieht richtig toll aus. Das ist wirklich so eine puristische Alltagsuhr, würde ich sagen. Und sehr stabil. Wir haben hier ein japanisches Quarzuhrwerk in der Uhr integriert. Sehr, sehr laufruhig, sehr, sehr präzise und ein stabiles Metallgehäuse auch. Also die ist wirklich perfekt für den Alltag. Sieht sehr schick aus an deinem Handgelenk. Hohe Ganggenauigkeit, wirklich ein Traum. Steht dir ausgesprochen gut? Wie gesagt, aus Edelstahl. Also wenn es jetzt draußen regnet, dann rostet nichts. Das ist ja schon mal wichtig und gut. Okay, mit der Bestellnummer NC7388 und der 569 können Sie diese tolle St. Leonard Armbanduhr für den Herren bestellen. Wirklich schick. Also auch für Allergiker sehr gut geeignet, da wir hier einen Gehäuseboden und ein Armband aus rostfreiem Edelstahl haben. Und wir haben diese tolle Uhr nicht nur für den Herren, sondern auch für die Dame. Und schau mal, die steht mir doch sehr gut. Die ist ganz, ganz schlank, ganz, ganz dezent hier gehalten. Die ist dann auch schon eine Nummer kleiner als die Herrenuhr. Kann man auch fantastisch verbinden, die beiden Uhr im Partnerlook. Ja, da würde ich direkt eine für den Mann, eine für die Frau bestellen. Vor allem zu diesem TV-Sondervorzugspreis heute für Sie als hier im Gadget des Tages. Wirklich sehr, sehr schick. Qualität aus dem Hause St. Leonard. Die fühlt sich auch sehr gut an am Handgelenk. Wirklich klein. Die schmeichelt so richtig hier durch dieses Gliederarmband. Sie sehen das hier. Ganz, ganz toll. Und auch das Zifferblatt wirklich sehr edel und elegant gearbeitet. Größenverstellbar ist sie auch. Das heißt, Sie können sie perfekt dann ihrem Handgelenk anpassen. Und das Ganze natürlich auch wirklich spielend leicht. Die lässt sich wirklich sehr einfach verkürzen oder auch verlängern, falls das Armgelenk, das Handgelenk natürlich ein bisschen breiter ist. Das ist bei jedem verschieden. Und zwei Glieder sind beigefügt, also ohne Probleme. Sie brauchen da jetzt keine Angst haben, wenn Sie die Uhr nach Hause bekommen, dass Sie sagen, oh Gott, die passt nicht. Nein, Sie bekommen natürlich Glieder dazu. Das können Sie spielend leicht und einfach verlängern oder je nachdem verkürzen. Also ich, und dann natürlich, darf man nicht vergessen, es ist wirklich eine ganz, ganz flache Bauform hier. Also trägt überhaupt nicht großartig auf. Es ist wirklich eine schöne, flache, klassische Uhr für die Dame und für den Herrn. Angenehm zu tragen, finde ich. Sehr leicht, für den Alltag wirklich perfekt. Ich finde sie super schick. Ich sage Ihnen einmal ganz kurz noch, die Bestellnummer für die Damenuhr. Das ist hier die NC7389 und die 569. Heute im Gadget des Tages ein toller Vorzugspreis. Denken Sie da wirklich auch an Ihren Partner. Bestellen Sie sie vielleicht direkt. Ich lasse die, ich lasse die drum. Schau mal, die sehen doch schick aus, wir zwei. Guck mal, wir zwei hier mit unseren Uhren. Das ist wirklich mal ein Hingucker. Für kleines Geld, sich so eine schicke Uhr hier zuzulegen, toll, oder? Ja. Das sieht doch mal schick aus. Für die Daumen und für den Herrn. Ich lasse die jetzt einfach drum. Ich hoffe, das fällt niemanden auf. Nee, die sieht wirklich toll aus. Also trifft absolut meinen Geschmack. Mein Lauf. Ich mag es ja auch so puristisch und dezent. Also das kann man auch zu einem tragen, egal ob man mal eine Perle trägt oder ein bisschen Glitzer. Genau, da kann man hier vorne ein bisschen auftragen, weil die ist wirklich ohne großartigen Schnörkel und Pipapo. Die ist wirklich super elegant, super klassisch und schick. Ja, aus dem Hause St. Leonhard heute für Sie Damen und Herren Armbanduhren als Gadget des Tages. Rufen Sie gerne an unter den 0180 51 51 3x2. Greifen Sie zu. Ihr Gadget des Tages heute bei uns.